Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Rav of the Fallen, die zweite Folge. Ja, wir sind hier heute beim Schiff stecken geblieben. Ich nehm das am nächsten Tag auf, also sei mir nicht böse, wenn ich nicht mehr ganz genau weiß, wo ich war. Und ja, Leute, ich hab hier noch, ähm, ich hab genau wieder angefangen, wo ich das letzte Mal war. Und ja, jetzt muss ich erstmal hier mal ein paar Rüben reinzwiebeln. Vielleicht hat der Typ hier noch was zu essen gehabt. Ich weiß natürlich nicht, äh, oh, mit Rottenflash können wir uns Essen kaufen, okay. Dann kaufen wir uns erstmal ein paar Fische, ne? Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, glaub ich mal zumindest. Ähm, diese Schuhe hier sind wahrscheinlich besser, aber ich zieh sie erstmal nicht an. Was ist das? Ah, Zombie! Lol. Lol, 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 lol. Was machst du hier in meinem Haus? Und nein, im Haus von irgendeinem Typen. Hier ist noch, na, da war ich schon, da war ich schon. Da war ich schon, Leute, da war ich schon. So, und ich geh mal ins andere Haus. Kann man da überhaupt rein? Kann man da rein? Ja, da kann man rein. So, okay, man kann man sehr gut rein, finde ich. Also, äh, Pluspunkt für das. Ähm, ne, hier runter. Hier ist ein Steg, aber ja. Ich hoffe, ich glaube, es geht mit dem Shader so und ich hab richtig, ich hab mich richtig erkältet. Ich weiß nicht, wieso oder warum, weshalb, wieso, warum, weshalb. Oh, aber hier wird es doch ein bisschen dunkel für den Shader, würde ich mal sagen. Deshalb machen wir mal den Shader aus, nur für die kurze Zeit, damit, dass wir hier nach hinten rennen können, wo es dann wieder ein bisschen heller ist. Oh, da ist jetzt mein Chao. Ja, genau, Leute. Oh, da wird es wieder heller und da sind auch schon die ersten Gegner. Ich geh jetzt mal zurück und jetzt kann ich den Shader einmachen. Ähm, Shader, Standard. Ah, ich muss ja gar nicht zurück, ich bin ein Singleplayer. Genau. Jetzt kann ich hier, oh. Oh, ein Zombie, ein, der Bogenschütze hat bereits mir mehr Angst, ja, der Typ. Ich will zuerst, oh, ich will zuerst, nein. Aber der Zombie kommt immer, oh, ja, wir haben den, wir haben den. Okay, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Ich muss den voll aufspannen, weil das bringt wirklich viel mehr. Das habe ich, das habe ich gelernt in meinem Leben, eh, in meinem Leben habe ich das gelernt. Das wurde mir beigubracht in meinem Leben. Okay, das, man merkt schon, dass es halt ein bisschen länger geht mit zwei, also mit, nein, wenn man alleine spielt, als wenn man halt zu zweit spielen würde. Aber das ist natürlich halt die Map, ich, ähm, es wurde mir auch, ja, es wurde mir ja auch empfohlen, die Map alleine zu zweit zu spielen und nicht alleine. Aber ich, natürlich, der richtige YOLO Swagger Boy, hört natürlich nicht auf Hypixel, weil, äh, wer ist das? Nein, Spaß, Leute. Ja, Leute, wir müssen, ich, ich werde jetzt wieder mal, oh, warum ist er darunter? Ich würde es jetzt wieder mal ein bisschen mehr dem Gameplay widmen und, äh, halte mal meine Fresse jetzt. So, Leute, ich, ähm, muss jetzt hier, ich muss jetzt hier hingehen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ich muss einfach die, die Dinger ausschalten, die, ähm, die gehen auf jeden Fall ausschalten, weil ich scheine wieder richtig gewiss zu sein. Ich lese, oh, was? 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 Nein, bitte, nein, bitte, nein, bitte, nein, was ist das? Ich habe keine Pfeile mehr, okay. Ich werde sterben, ich muss zurück, ich muss zurück. Hoffentlich greife ich nämlich die, äh, unendlich an. Leute, Leute, die greifen mich an, die greifen mich an. Kann ich was essen in der Zwischenzeit? Ja, ich kann was essen. Oh, Leute, ich muss noch ein bisschen ringen, weil, ich will da nicht sterben, Leute, ich will nicht sterben. Äh, ah, und Heilung, Direktheilung haben wir noch hier. Oh, die Spinde kommt, ja, die zahlen wir genug Leben für die. Oh, too easy for me. And too good for you. Oh, mein Gott, sind das viele. Mein Gott, Alter, soll ich das vielleicht erst mal anziehen? Nee, diese Hose vielleicht erst mal, damit ich erst mal so ein bisschen geschützter bin. Die nehme ich aber mal mit. So. Oh, die kommen jetzt schon alle, die kommen alle schon. Ich sehe gar nicht so richtig, war nicht die Hitte. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen super optimal, aber die halten nicht so viel aus, wie ich das hier gesehen habe. Oh, ich hab sie. Ich hab sie, Leute, ich hab sie. Und hier kommt noch ein Bogenschützer. Ah, nee, so ein Zombie. So ein Zombie, den, den können wir einfach eigentlich ziemlich easy nehmen, weil, so ein bisschen eigentlich richtig einfach zu, wegzunehmen. Oh, 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 oh. Da geht das Essen so schnell runter, das ist richtig krass. Was ist denn los, was ist denn, ey? Das hat wahrscheinlich Highpixel so gewollt, weil, weil er einfach mir nix gönnt. Ja, Leute, und ich lese jetzt einfach mal wieder mal einen Questlog. Was wir zu tun haben. Ähm, wir sind wahrscheinlich bei drei. Things are looking straight at Grano. Maybe the Major will... Ah, das hat er schon gemacht. Ähm, people of the town suggested that you investigate the minds. So, da bin ich ja auch schon wieder, ähm, es gab gerade kurze Komplikationen. Nein, eigentlich nicht Komplikationen. Ich habe einfach... Was? Was ist das? Es kommt noch mehr? Was ist das? Was ist das? Na, ich habe einfach so richtig gehustet gerade und da, das will ich euch natürlich nicht antun. Da habe ich mir gedacht, ja, mache ich doch einen kurzen Cut. Nach hinten laufen ist es, glaube ich, noch eine gute Taktik gegen diese Biester. Jawohl, jawohl. Wir haben sie ziemlich gut ausgeschaut. Hoffentlich kommen wir uns nicht noch mehr. Ne, ist jetzt genug. Es war jetzt... Es war jetzt... Es war alles. Es war alles. Es war alles. Okay. Ich mache noch ein bisschen mehr Essen. Es ist... Wir haben viel zu wenig hier. Wir haben viel zu wenig. Oder ist ein Bogenschütze. Okay. Der wird uns nicht hitten. Ne, ne, ne. Neben dem ist ein Pfeil. Okay, kann ich nicht. Ich kann... Ich kann die Pfeile von... Oh, oh. Nein. 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 Nein, nein, nein. Oh, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz, Leute. Ich kann nicht... Ich kann nicht ringen. Ich kann nicht ringen. Okay. Und auch, ich kann ringen. Wartet. Schnell essen, schnell essen. Und jetzt stehen bleiben. Jetzt stehen bleiben. Ich habe noch ein halbes Herz. Fehlt mir. Oh, Leute. Oh, Leute. Was ist denn los mit mir? Was ist denn? Wo ist eigentlich der andere? Zombie hin? Ich muss mal sneaken so ein bisschen. Da unten war was? Ich weiß nicht. Ich sollte... Er sagt, hier ist nicht so die Minen aus... Aber ich habe es noch erforschen. Was ist wahrscheinlich da unten gedacht, oder? Ich habe nicht gedacht, dass ich hier unten jetzt nachschauen soll. Was ich natürlich weder mal nicht mache, weil... Ich schalte den Shader erstmal aus. Für das... Für dieses Experiment. Weil... Ja, es ist einfach zu dunkel. Es ist einfach zu dunkel. Es ist so schön, der Shader auch aussieht. Es ist zu dunkel, Leute. Es ist zu dunkel. So. Jetzt haben wir ein bisschen Rottenflash. Und hier nochmal Zombie. Den schalten wir auch aus. Den schalten wir auch aus. Easy. Too easy for me. Too easy. Too easy. Too easy. Sorry, Leute. So, Leute. Wir sind jetzt hier. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier tun soll. Und... Doch, da hinten. Dahinten. Das sieht ziemlich verdächtig aus. Nee, das sieht nicht verdächtig aus. Scheiße. Da hinten. Ja, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Das sieht verdächtig aus. Das sieht ziemlich, ziemlich verdächtig nach einem Boss-File aus oder so. Hier ist noch mein Helm. Warum habe ich den nicht an? Warum habe ich den nicht an? Warum habe ich meinen Helm nicht an? Oh mein Gott, ey. Mein Gott, Leute. Was liegt hier? Was? Oh. Hier habe ich... Was? Ich habe einfach... Ich habe einfach ein Eisenschwert. Aber ich brauche es einfach nicht. Weil... Ist das ein Eisenschwert? Was ist das ein Eisenschwert? Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Vieler Schwerkraft zu machen. Nein, jetzt sind wir hier. Nein, jetzt sind wir was? Ah, nee. Wir sind wieder hier im Boot, das gestrandet ist, oder? Was? Nein, Leute. Nein. Nein, ich hoffe nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, weil... Nein, das kann nicht sein. Ja, wir sind wieder hier. Ja, gut. Boah, ich hatte schon richtig Angst. Oh, es tut mir doch richtig leid, dass ich so sniffen muss, ey. Und ich kaufe hier beim Händel nochmal. Ich habe sieben Rottenflächen. Ich kaufe mir erst mal sieben Fische, weil ich brauche die. Ich brauche die für mein Leben zu gewährleisten. Und jetzt weiß ich auch genau, wo der Boss ist. Und ich habe immer noch nicht den Shader reingepackt. Ja, es ist einfach krass. Ich werde ihn auch nicht einschalten jetzt. Geht's da runter? Oh. Wer ist das? Was ist das für ein Typ? Das war jetzt nicht der Boss. Das war jetzt nicht der Boss. Das war ein neuer. Ein neuer. Oh. Das ist der Boss. Das ist der Boss. Oder ein Möchtegern-Boss. Er kann aber nix. Er kann aber nix. Er kann aber nix. Er hat mich nur runtergestopft. Das war sein. Das war sein können. Oh. Kriegen wir ihn? Kriegen wir ihn? Boah, wie viel hält der aus? Was ist das für ein krasser Typ? Wie viel hält der aus? Oh. Was hat er gedroppt? Was hat er gedroppt? Nix besonderes, oder? Was? Nee. Was hat er nix besonderes gedroppt? Ich bin jetzt hier die ganze Scheiße für den Arsch gemacht. Mann, Leute. Ich habe hier Notus Madness. Das ist das Schwert von Notus. Ja, das ist wahrscheinlich das Schwert von Notus. Notus. Oh, hier. Ja, ein Golden Nugget. Gold Nugget. Zwei Gold Dublonen. Ich sage denen jetzt, ab jetzt Gold Dublonen. Es sind jetzt nicht mehr Golden Nuggets. Nee, es sind Gold Dublonen. Boah, das regt mich richtig auf, dass ich hier rumschwimmen muss. Was ist denn los mit denen? Hier ist eine Kiste drin. Oder was ist da drin? Ein Kopf. Ich darf das nicht kaputt machen. Nein, nicht. Habe ich gemeint. Habe ich gemeint, gesehen zu haben. Und. Hinterwiesen, Leute. Es sind, äh, Mr. Riesenleut. Es sind, meine Großeltern. Oh Mann, Leute. So. Ähm, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Eigentlich wollte ich ja dieses, äh, dieses Let's Play, äh, so ein bisschen ruhiger halten. Aber jetzt mache ich es wieder nicht. Ich bin so ein richtiger Spaß. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für eine Leiter? Sie geht einfach nach oben. Obwohl ich gar nicht nach oben will. Und jetzt gehe ich trotzdem mal. Oh Mann. Weil ich denke, es muss etwas von Menschen geschaffenes sein, dass mich, da nach oben treibt. Es muss ein, äh, ein Entrieb sein, der die Menschen... Oh mein Gott. Es treibt mich überall hin. Oh, es ist gar nicht die gleiche. Was? Nein. Ich habe nicht über... Nein, ich habe richtig... Ich habe richtig die ganze Scheiß... Oh. Ich finde damage. Damage dieses. Oh. Was ist das da drüben? Leute, was ist das? Oh, ich glaube es nicht. Ist das eventuell schon, ähm, der Tempel oder das... Der Tower des Todes. Oh. Nein, die geben mir nicht zu viel Schaden. Die geben mir nicht zu viel Schaden. Nicht zu viel Schaden. Ja. Okay. Oh, der andere kanal mich auch schon ab. Warte ich's mit ihm. Ich habe keine Pfeile. Ich habe keinen Platz für Pfeile. Okay. 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 Ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal. Weil ich brauche Pfeile. Nein, ich werde sterben. Ich werde sterben. Weil ich verliere hier so schnell. Viel zu schnell. Da kommt der. Und noch aus. Oh, was? Der kann mich einfach so hitten. Oh nein. Oh nein. Bitte. Nein. Oh. Ich muss jetzt hier unbedingt die Pfeile haben. Ja. Ich habe Pfeile. Kann ich hier aufheben jetzt? Ja. Haben Pfeile. Da oben ist noch einer. Aber der macht mir ja glaubt nicht nix. Und hier? Heroes, komm hier. I'm in the town hall. Ich bin in der. In der Stadthalle. Okay. Okay. Ist jetzt hier noch was? Zum Beispiel. Ja. Ein gebratterner Fisch. Ja. Ich brauche das unbedingt. Ich brauche unbedingt einen Fisch. Ist da oben vielleicht noch was? Soll ich gehen? Ich gehe jetzt mal da hoch. Ich gehe jetzt einfach zuerst mal das andere Zeug abgrasen. Vielleicht. Oh. Da ist auch noch ein Trank der Heilung. Können wir auch gut gebrauchen. Das können. Ich mache mal hier die Sachen, die ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Das kann ich noch brauchen, um Sachen zu kaufen. Das gilt hier wahrscheinlich irgendwie als Währung. Dann gehen wir mal weiter. So ein bisschen die anderen Häuser auschecken. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das so viel bringt. Aber mal schauen. Mal schauen, Leute. Ich komme hier nicht durch. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ach man, Leute. So. Hier ist durch den Ausgang. Äh. Oh nein. Durch den Ausgang. Was? Das ist die Stadthalle. Was zum Teufel. Das sind einfach Tausende. Was ist denn? Hä? Ich muss einen nach dem anderen killen. Nein, jetzt habe ich mehr gepolt. Jetzt habe ich alle gepolt. Habe ich alle gepolt? Ne, nur. Okay, ich habe fast alle gepolt. Ich habe richtig viele gepolt. Ich muss jetzt aufpassen, damit die mich nicht killen. Wartet, wartet. Ich muss jetzt wirklich aufpassen. Ich muss aufpassen. Und Crit, Damage, Crit, Damage bringt auf jeden Fall mehr Schaden. Droppen die was? Die haben nichts gedroppt. Okay. Natürlich nicht. Doch, ich bin richtig gut auf Bogenschütze, muss ich auch sagen. Der, ich habe den jetzt auch gepolt. Und jetzt schlagen wir ihn kaputt. Einfach immer nur auf einen gehen. Immer nur auf einen gehen, wenn ihr diese mehrfach spielen wollt. Die ist ab heute übrigens, ab heute ist sie auch in der Videobeschreibung. Weil, oh man, ist mir wirklich so leid, dass es jemand die ganze Zeit so. Äh. Mein Schnodder raufziehen muss. Mein Schnodder, Mann. Sag mal da, ein Schnodder, ey. Schnodder, was da noch? Oh, die Kleine, die Kleine. Da muss ich in die Ecke drängen, weil die sind so richtig schnell, die Tippen. Oh, 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 oh. Halt bis jetzt. Jetzt darf der Minch. Oh, gut. Hallo? Hallo? Was ist hier passiert? Was passiert hier? Strange Box. Die kann ich nicht öffnen. Doch, ich kann sie öffnen. An ancient demon found a way to get our world traveling through nightmares. Also unser, unser, ähm. Was? Ich muss die lesen. Unser, ein alter Dämon fand einen Weg, ähm, in unserer Welt zu finden. Some of our people woke up as monsters. Ein paar unserer, äh, Leute sind als Monster aufgewacht. Wie, äh, hoff, wir sind hoffnungslose. Wir wissen nicht mehr weiter. I heard people saying the mines are vested with demons. Ich habe manche Leute gehört, die, die Minens seien voll mit Dämonen. Ähm, wahrscheinlich solltest du, wahrscheinlich solltest du dort ein bisschen nicht rumschauen. Ähm, make sure search the houses. Ich muss auch die Häuser absuchen. Ähm, you might find some equipment and maybe some of our people. Also, hier sind Leute. Greener Major, das ist der Major. Der gibt uns Essen. Der, Lock of Blacksmith. Okay, der hat uns ein bisschen Rüstung, der Typ. Und der da, der gibt uns auch, ähm, Essen und so. Und jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Und dann würde ich sagen, nee, ist die Folge auch schon. Ich mache nochmal einen Shader rein, damit wir ein schönes Ende haben. Gehe ich jetzt nochmal hier hoch, schauen, ob da oben noch irgendetwas ist, was wir eventuell brauchen können. Hier ist noch was. Oh, eine Goldrüstung. Okay, die ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die besser ist. Sieht wahrscheinlich nicht besser, aber sieht schön aus. Ich lege sie auf jeden Fall gleich mal an. Wartet, Leute. Habe ich die Ganze gekriegt? Ja, habe ich. Oh, ich mache einfach mal die Hose am Kopf. Die Olo. Ich kenne einfach gar nichts. So, ich ziehe die jetzt mal an und nehme auf jeden Fall die alte auch wieder auf. So, Leute, ich würde sagen. Oh, was? Jetzt sind wir wieder neu gespawnt. Warte, ich habe noch ein halbes Herz, aber ich wage mich gegen euch. Nein, bitte. Kill mich nicht, kill mich nicht, Leute. Kill mich nicht, Leute, bitte. Ähm, Fred, Fred. Ja, wir haben das auch abgesprochen. Fred, Fred, Fred. Okay, gut, Fred, danke, Fred. So, Leute, ich würde sagen, das wäre es auch schon gewesen. Ich glaube, der Party ist ein bisschen länger geworden. Wie mir aber nicht sicher. Ich hoffe, euch hat es natürlich trotzdem gefallen. Morgen oder so kommt wahrscheinlich auch wieder mal ein normales Video. Und dann kommt wieder die Adventure-Map. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mir nur positiv wäre so da. Ich hoffe, es gewählt euch. Und dann würde ich sagen, bis morgen, Leute. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Ich sage einfach alles doppelt. Bin ein Jolo-Sweger-Style. Bäh. Aber da sind es so ähnlich wie ihr euch. Das war ein Jolo. Schönen-Striter. Das war ein Ready? Vielen Dank.